Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Mark the Island. Immer noch in der Höhle mit der Breite. Hallo. Du hast mich wieder einfach so abgehauen und mich hier stehen lassen. Ne, ne, Moment hier, ich bin nur hier gleich. Hier bin ich hinter dir jetzt. Ach doch. Und zwar könnte man hier weiter. So, irgendwas. Da hinten, da wabert doch was, oder? Ich glaube, da hinten ist das Artefakt. Das ist nur die Frage. No, ein paar Flieger. Was ist denn hier rechts? Hier geht es auch nochmal. So, das ist da. Kommt man dahin, wo wir eben auch waren. Also mit dem Schwein könnte man aber rüberspringen. Denke ich. Mit Anlauf. Das kann natürlich ganz böse in die Hose gehen. Soll ich hier mal ein Stargate nochmal setzen? Da hinten abzuknallen, aber das ist schon ein bisschen weiter weg. Das hat wohl hingehauen. Ich glaube, ich setze hier nochmal ein Stargate so in der Nähe, wie das Artefakt hier ist. Können wir das bestimmt nochmal gebrauchen, oder? So, meinst du hier passt eins hin? Ein Stück weit da hinten würde ich es hinsetzen wollen. Warum willst du hier ein Stargate hinpacken? Falls wir das Artefakt nochmal brauchen. Können wir nicht einfach nochmal reinreiten? Oh, komm mal. Hier ist nicht so weit. Ich weiß, ob du das hier jemals wieder findest. Ja, stimmt. Rechts, links, links, rechts. Brauchen wir aber nicht. Ich versuche mal drüber zu springen, wa? Ähm... Vielleicht erstmal irgendwo die Betten hinsetzen. Ja, okay. Vielleicht versuche ich es auch lieber zu Fuß, das letzte Stückchen da. Kann jetzt auch mal so schlimm sein. Ja, ich glaube... Schon nicht... Nicht... Was soll ich sagen? Nicht unweit. Ja. Ja gut, dann... Vielleicht sollten wir doch einfach mal mit Grapplinghooks... Ja, eben deswegen. Weil dann setzt sich jetzt trotzdem hier mal ein Bettchen hin, hier. Das könnte man sich ja zumindest mal gönnen. Ach, hab ich gar nicht. Hast du eben ein Schwein. Ja, hab ich. Und... In Dachmauer. Ja. Schön anabgeköttelt. Rein. Irgendwo in der Ecke, oder was, hier? Ja, du stehst dann weg. Ah, entschuldigung. Na gut, wenn die Sülze erstmal in der Lava liegt, dann ist es eh zu spät hier. Da war eins. Sehr gut. So und, bist du gesprungen? Äh, ich bin mit einer Grapplinghook rüber. Besser, ne? Musst du nur erstmal überlegen, wie man die wieder loslässt. Oh, hier sind... Skorpione. Jetzt krieg ich erstmal mal ne... Neue Schrote hier zu schmecken. Oh Mann, lass mich. Ich weiß noch mal ne... Da knüppelt er drauf los. Da gibt's Chitty zu holen. Ja, da kommen wir sonst nicht so viel dran. Hier noch die los. Oh, oh. Oh, oh. Irgendwas schreien gehört. Wahrscheinlich der Dino. Äh, hier könntest du auch mal... Äh, warte mal. Ist auch so einiges. Ja, auch da. Nehme ich mal den Kult. Oh ja. Da war es gewesen. Okay, erstmal geradeaus. Jawohl. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas. Gleich kommt wieder was aus der Wand. Ja. So, eine Huth. Hier rum. Ah ja. Warum nicht? Guck mal. So, du haust auf... Ich dachte, mich greift irgendwas an und du knüppelst schon wieder auf dem... Ah ja. Okay. Äh, aha. Ach, da ist das Artefunk. Mhm. Wunderwohl, ganz rüber. Da kommt man, glaube ich, ganz rüber. Ich würde mich irgendwo oben mal dran schießen. Oben? Ich meine, so ganz... Hm. Aber der fackt nicht da ganz an der Wand. Lass mal einer, ne? Ja. Nein. Ohohoho. Ich bin ein bisschen schlecht losgelassen. Lebt hier irgendwas? Ich sehe nichts. Hier gibt es ziemlich viel Opsi. Ja, hier lebt was. Wo denn? Hier nix. Wo bist du denn? Ich bin gar nicht weg. Du bist schon ganz drüben. Ja. Ganz schön viel sogar. Boah. 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 Oh, lauter mal nach Ja, jetzt stehe ich hier ohne alles Hier für ein paar Ersatz-Frost-Rustum einpacken sollen Das stimmt Er kommt auch rübergesprungen Über den Lava-Fluss So Irgend fliegt mir irgendwas Aber das kann ich irgendwie nicht treffen Oh, da jetzt Oh, das Vieh So, ich glaube die Onyxe sind hier alle weg Ach, verdammt Jetzt Oh, ich bin irgendwie Oh, ich lebe ja noch Irgendwie vergiftet Ich huste mir hier einen zurecht Bin auch vergiftet Ich sterbe gleich wieder Okay Das wird auch nicht besser Nö, da läuft eine Zeit ab bei mir Wo bist du denn du draufgegangen? Ich sehe ja durch das Gewaber nicht viel Ähm Irgendwo an der Wand Oder ein bisschen von der Wand weg So Zwischen Wand und Artefakt Irgendwie Also dein Loot hätte ich Das ist gut Aber ich glaube ich muss ja erstmal irgendwie raus Nein Nein, 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 nein Oh nein, oh nein, oh nein Ich bin dann irgendwie falsch hier Wir sind 10.000 Ich bin jetzt gar nicht mehr bei dem Bett Oh doch, da Ja, allerdings Wenn ich jetzt sterbe Ich meine, wenn ich mich da jetzt nochmal Bin jetzt auch tot Aber deswegen dann Jupp Das ist nicht gut Warum war ich denn auf einmal woanders? Ähm Ja Wo war denn jetzt? Ich habe das Bett freigelassen Ich habe ihn jetzt nicht wieder angekommen Achso Wir haben noch zwei Betten Wir haben noch zwei Betten oder nicht? Ja, aber du willst da vielleicht auch wieder hin, oder? Achso, ja Und du weißt ja jetzt, wo du gestorben bist Außerdem siehst du das Oder bist du in den Lava gefällen? Ne, in den Lava gefällen bin ich nicht Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich da gerade Ja, aber du siehst ja dein Loot strahlen Oh, ich sterbe gerade nochmal Oh, doch nicht Man sollte meinen Ich wüsste es Achso, gut Ich bin hier einfach außenrum in diese blöde Höhle gelatscht Ach, jetzt kann ich Ach, wo bin ich denn jetzt abgeblieben? Ach, scheiße Wird zufällig gespawnt Ich muss mich mal kurz umbringen So Den Loot hätte ich Unser aller Loot Gut ist gut Willst du das Artefakt nochmal holen, oder? Ja, ich würde jetzt warten, bis das Bett wieder da ist Und dann komme ich Bist du dann wieder bezogen bei den Deodons? Ja, fast Ich bin hier einmal rüber gesprungen Du siehst mich, wenn du spawnst Lange da auch das Zehn Minuten, oder was? Äh, fünf Dürft es ja gleich wieder soweit sein Oh, da sind aber die Sachen ganz schön kaputt hier Artefakt des Gewaltigen Ja, ja, die Fledermäuse, die haben es mir ganz schön besorgt Ich sehe dich, ja Komm nochmal rüber Äh Hier rüber, komm Komm nochmal rüber Geh mal deine Sachen hier Willst du nochmal versuchen, da hinzukommen? Zumindest mal Du siehst auch ziemlich nackt aus Die Handschuhe sind noch da und der Helm Hier hast du schon mal eine Armbrust Deine Knarre Ein Schwert Zu trinken War er gewesen, wenn du zu den Deodons rum Hingegangen wärst Ist noch irgendwas Rüstungsmäßiges heile? Meine Handschuhe vielleicht? Äh, deine Schuhe und deinen Helm Und die Handschuhe auch Aber hier ist noch ein Brustpanzer Chitin Äh, dann brauchst du auf jeden Fall nochmal Gravelin Hooks, ne? Jo Munition für die Schrote Ja, ich geh ja nur kurz rüber Dann nimm die nochmal eben mit Und dann Und ne Suppe vielleicht, ne? Und die Schrote vielleicht an sich Achso, die auch? Hilf mir, dass mit der Munition nicht viel Und dann, dass die Gewehr Munition Ja Kannst du auch noch kriegen Noch was? Heiltränke oder so? Erstmal nicht Ich geh erstmal kurz rüber Ja, eigentlich dürfte Müsste noch alles tot sein Da drüben Hier zurückspringen Das geht nicht Da musst du auch eine Gravelin Hook nehmen So Ja, zu viel hab ich nicht mehr an Das war's schon? Ja, ja Ja, das kann man nicht rüberspringen Ich glaub, das ist zu Es geht ja nach oben Ich glaub, das wird nisch Da würd ich lieber eine Noch investieren Jo Hast du ja recht Bevor der Loot in der Lava liegt So Ähm Ja Da kannst du mir nochmal Achso, ja Ich kann dir mal alles hier In Schweine holen Ui Das ist Spaß dabei Beide sagen So Ich glaube Müsste es gewesen sein Ja, Fäschchen oder sowas Können wir dann nachher Auseinander klammern Ja, ja Ähm Ja Nein, das ist gut Leisch Achso Ja, falsch Nicht So, sammeln wir Müsste was Beim Deodon ab Hm Echtränke Vielleicht Jo Gut Schaut wieder ganz gut aus Ja, mal irgendwie rauskommen wieder Das wär nicht schlecht Naja, wir hatten ja auch noch Ne Abzweigung Die wir noch nicht genommen hatten Stimmt, aber Das ist ja noch ein kleiner Loot Ich mein, ein Loot War ja auch nicht viel Geht's ja auch noch überall lang Aber sich hier lang zu grabbeln Überall Ist auch nicht so richtig Lust Ne, vor allem wenn man nicht sieht Das da irgendwo ein Loot ist Vielleicht Ja Weil Wo da drüben Das liegt Da liegt irgendwas Ja Oder ist so ein Stein Achso ist ein Stein Megalosaurus Ist da hinten irgendwo Aha Pariert mir das Fernglas Für 25 Männlich Nodilo und Pulmino Ja Ja Ich würde auch schon gerne ein bisschen Rüstung Wenn es ginge Mal sehen Vielleicht finden wir hier nochmal was auf den Schweinen Ohne Rüstung Hier rumlaufen Haben wir jetzt auch keinen Bock Zu Fuß Äh Oh Das ist wieder diese Kackbrücke hier Mhm Aber anscheinend ist sie nicht buggy Zwei Mal rüber gelaufen Und nicht abgestürzt Also wir sind von oben gekommen Ursprünglich Ja Oben war aber auch noch eine Abzweigung Wo wir noch nicht waren Ist schon wieder alles Mehrfach nachgespawnt hier Hier waren wir noch nicht Hier waren wir noch Ich dachte wir sind von oben gekommen So Ich bin jetzt links gegangen Neben der Rampe Hallo Oh ja hier kommt ein bisschen was runtergefallen Oben gibt es nämlich auch mal da Ist der vergiftet irgendwie Ja ja ich bin umsonst anbetäubt quasi Man irgendeine Krankheit Im Helds ne Achso ja stimmt Hab ich auch schon wieder irgendwas hier an Vielleicht ne Husten hab ich Ja das geht auch nicht weg anscheinend So Startet wohl immer wieder neu wa Ja Sollte man glaube ich auch So von hier sind wir Lässt Lässt er Anti dort mitnehmen So dann war das hier Das wo wir nicht abgebogen waren Ah Das wo wir nicht abgebogen haben Ich bin immer so aufgegessen Tja dann werden wir hier mit Sicherheit irgendwo sterben oder? Ja Ja die Ostdauer die geht auch runter Mh Sollen wir uns vielleicht mal Richtung Betten nochmal begeben Ja Ja darin hab ich jetzt nicht gedacht Dann ist es Antidot Man hat ihn wusten Oh ja nicht schon wieder ein bisschen verlaufen jetzt hier hier sind die betten ja schon mal viel wert obwohl jetzt läuft die zeit ab bei mir nicht und jetzt ist es wieder angefangen war schon auf 20 runter ach ja nicht erschöpft ich auch wahrscheinlich gleich ohnmächtig ne? könnte sein ja mal ganz interessant ob das mal irgendwann aufhört das ganze ne ich glaube das hört nicht mehr auf ne ich denke man brauche ich kein fleisch verschwenden da sehen wir den tod ins auge du bist im tod ich meine du hast den tod schon ins auge gesehen wird sein dass du jetzt nicht grad wieder spawnen kannst war ein zweimal hier grau jetzt ok ja ungenützig ja nur mal hinten ich glaube schneller oh nein jetzt meine rüstung weggeschmissen auf der taste war von den ganzen skins nö das geht hier alles jetzt habe ich aber irgendwie eine flasche zu viel oh das ist mein schwein mal ins schwein rein so dann nochmal das ganze nochmal das ganze oh ja alles wieder zurück wieder respawned auf die schweine los geht's Vielen Dank. Ja, da kommen wir her. Also hier müssen wir lang. Ja, nochmal gucken. Ja, rechts, links. Schau mal hier lang. Tausend von Nüchse schon wieder her. So drauf feuern, wa? Boot? Nee. Das ist mit den 10.000 da hinten. Lassen wir die erstmal in Ruhe. Ja, kommen wir. Geht das da rüber, der Felsen? Weiß ich nicht. Kommt hin. Lass es mal hier lang gehen. Ich glaube, der Felsen ist fast durchgängig. Oh, hier ist er so. Ja. Oh. Sind die Heilung angeschmissen? Mhm. Eigentlich nur mal das Fernglas gucken. Hm. Wie? Groß genug ist es ja hier, muss ich sagen. Aber hier geht es auch nicht wirklich weiter, oder? Nee, da müsste man schon drüber sprengen. Ach, da unten? Ist auch nochmal ein Gebäude und ein Loot. Wo? Links? Ja, wenn die hier fahren. Ja. Könnte es auch Vielleicht ein Megalosaurus noch geben. Das sehe ich jetzt so nicht. Hm. Ohne Rüstung. Da ist auch gleich mal eine Spinne. Und ein Dilo. Na, zwei Dilos. Kommt man nirgends anders runter? Ich meine, wir waren hier schon mal wohl doch zu Fuß. Oh. Vor uns voraus sind noch Haufen Spinnen und Ja. Ledermaus. Habt ich eben auch schon gesehen. Könnte man da ja, wenn wir hier geradeaus drüber springen, da irgendwie schmuf runterkommt? Ja, ich denke schon. Allerdings, ähm, konntest du ja nicht wieder zurück. Also brauchen wir da mindestens nochmal ein Stargate. Nicht? Also mit den Schweinen zumindest nicht. Ja, das ist so viel höher hier auf der Seite. Ich glaube schon. Mal versuchen rüber zu springen. Hm. Hm. Da ist ein Stargate dabei. Das könnte ich da vorne gleich hinsetzen. Ich finde es ja da unten schon mal relativ interessant. Obwohl... Naja, so mit dem Stargate wäre ich da vorsichtig. Du kommst da irgendwie in letzter Zeit irgendwie mal sehr schräg durch, ne? Ja. Wenn du nämlich schräg durchs Stargate kommst und dann gleich in die Lava-Sülze reinfällst, ist das auch nicht so lustig. Mal ein bisschen Rüstung hätte. Ja. Äh, dann würde ich mich runtergrabbeln und das Stargate unten setzen. Äh, ja. Da ist aber eine Spinne, ne? Da ist, glaube ich, so einiges auch los. Mal ein bisschen was gekillt. Das war die Spinne. Okay. Ja, ich würde es mal versuchen. Wo mei ich denn dran hier oben und dann seile ich mich ab, oder was? Ich weiß nicht, hier über dich, ne? Dass du gleich wieder zurück... ...moved zurück kannst. Mal hier loszulassen. Ist das so lang? Das ist schon ziemlich lang, ja. Aber das war ein bisschen zu weit. Oh ja. Das war ein bisschen zu weit. Äh. Ach, Geronimo. Das war gar nicht mal so gut, was ich jetzt hier gemacht habe. Warum? Weil ich jetzt auch mich hier nicht gerade runterlassen kann. Da ist doch Lava unter mir, oder? Sieht fast so aus. Ah ja, stimmt. Aber das mit den Bomen sowieso nicht so genau... nicht so gut gewesen. Nö. Wer Grapplinghooks hast du noch? Zwei. Drei? Zwei. Ja, ich hab auch noch... Zwei. Oh ne, drei eigentlich. Wenn da eins schrägstrich zwei steht, dann hab ich ja eine im Dings. Und dann... Und dann... Und dann... Wenn das da gehts jetzt, dann meinst du, das würde nochmal wieder spawnen hier? Wenn das direkt daneben sitzt, wahrscheinlich nicht. Frage ist, brauchen wir hier unten überhaupt eins? Nö, wohl kaum. Ob ich da hochkomme? Kann ich an den Kristall neben dir dran schießen? Ähm... Oder komme ich da nicht hin? Ja, nö, das kommt ganz gut hin. Wenn du dich vom... Wenn du versuchst, möglichst links dran zu kommen. Also, in deine Richtung. Jaja. Das sieht ganz gut aus. Wobei, ich habe eine überragende Spitzhacke gefunden. Nee. Aus Stein. Äh. Hm. Ja, gar nicht, was ich dazu sagen soll. Auch nicht so richtig. Ich hätte wahrscheinlich doch unten einsetzen sollen. Dann hätten wir uns unten nochmal umgucken können. Hm. Na egal, ich hätte gerne erstmal ein bisschen Rüstung, bevor wir... Äh, weißt du? Also, ohne? Jaja, ja. Ist ja dann auch mal ein bisschen blöd. Vielleicht hätten wir unten auch ein Megalo gefunden, wenn wir den dann durchs Stargate rausbringen können. Aber... Nächstes Mal. Ich hatte jetzt auch ein bisschen Schiss da mit meinen Handschuhen und... Ja. ...meinem Helm. Nackten Hintern sozusagen. Ja, wir kommen mal bestimmt nochmal wieder her. Äh, hier waren wir auch noch nicht, ne? Hm. Äh, doch. Hier geht's zurück. Nach Hause. Ah ja, gut. Nö, dann, glaube ich, könnte mal überall gewesen sein. Na gut, unten war halt noch eine ganze Menge, was man sich angucken könnte. Jaja. Aber, äh, da rüsten wir uns nochmal. Da nehme ich vielleicht nochmal eine Ersatzrüstung oder so mit auch. Als hier immer wieder irgendwas in die Hose geht. Da sind wir doch schon wieder am Stargate. Ich mach... Machst du an? Nein, ich mach, ich mach, ich mach jetzt. Du behältst uns erstmal eine Runde. Machst du? Oder? Ja, 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 ja. Ich glaub, man hat hier an der Kante gelandet. Hm. So, haben wir uns Twin und, äh, Dagmar? Dagmar? Ja, sicher wieder nach Hause gebracht. Hier ist aber eng. Bei den Bären. Ah, lass doch stehen, ja. Bring doch vielleicht sowieso gleich wieder drauf, oder? Ja, das stimmt. So, sollen wir erstmal die Beute in Sicherheit bringen. Die, äh, überragende Steinspitzhacke zum Beispiel. Was für eine Heldbarkeit hat die denn? Vielleicht ist sie ja gar nicht so schlecht dann. Ja, ich hause die in den Schrank. Ja, mach mal. Probier die, probier die bei Gelegenheit dann mal aus. Also Waffenschaden ist schon mal, hört sich schon mal ganz gut an, aber... Ja, Steinspitzhacke halt. So gut, erste Höhlentour überlebt. Dann... Ja, naja, gut. Wir sind wieder da. Äh, überlebt ist übertrieben, da hast du recht. Aber, äh... Mit Alben nach Hause gekommen, quasi. Ja. Mit Artefakt. Ohne Megalosaurus. Aber das holen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen nochmal nach. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.